Zwei, Drei, Vier, Ja. Digga, haben wir wieder den Huren-Sillusion? Oh! Ne, wir haben ihn wieder. Wir haben ihn wirklich wieder. Alter. Aber den, ne, nicht aus der Runde mit dir eben, sondern der war, äh, ach Digga, der war gottlos, Lenny. Ja, Lung, warum stirbt den? Digga, Jungs, 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 Jungs! Dieser Lucian, der stirbt nicht! Den würde ich nicht tun. Ja, ich muss ja pushen. Push dir mal kurz, dann kann ich da rein. Digga, Bro, ich muss nicht gehalten werden, Digga, ich müsste mal, äh, genug Schaden machen, Digga. Alles gut, Jungs, ich kenn dich tief gerne. Neca, warum schießt ihr auf den Torenzonen? Ja, Digga, und das ist Karma! Das ist Karma, Digga! Oh, Lenny. Ja, ne, sorry, Digga. Wie, ging nicht, Digga, ich stehe hier. Ich hab mich grad extra hier nach vorne gestellt. Ja, jeder braucht Heilung, weil Luzhund der Wichser scheiße ist. Alter, ich hab noch nie so gut auf DPS getroffen, wie gerade in dieser Runde. Nein, 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 nein. Das ist ja schön und gut, aber sag ich nicht wieder. Ne, gerade nicht. Nein, ja, nein. Dein Panache. Come on, der übel ist Anti. Fütten. Egal, es ist ja ein Duft, ist es halt echt. Kannst du mit Nano reinwenden? Nein, 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 nein. Nur weil der Luzhund mir Speedfuss gibt. Jetzt, 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 jetzt. Ach, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht! Ah! Ah! Okay, sorry. Oh, ich auch. Das ne, okay, die ist mitten in dich reingeflogen, halt. Come on, Luzhund. Ich hab so, neben dir. Okay. Ich hab so, neben dir. Ich hab so, neben dir. Ich hab so, neben dir. Okay. Na, da wärst du so tot gewesen. Ja. Das erste Mal, dass der und Doomfass das macht. Äh, hinter uns. Kommt der zur Instin? Was? Kommt der bei der Doomfass oder der zur Instin? Der ist, äh, ein Anschluss. Nee. Die Fenster doch nicht. Ja, ich hab gesehen. Kommt zu, wir kommen zu. Kannst sagen, Digga. Ich höre den. Oh mein Gott, Digga. Hä? Oha, Noah! Digga, was ist das gerade passiert? Alter, ich hab mehr Heilung als wirklich, als die Gegnerheiler zusammen. Digga, 6.000, willst du mich verarschen? What the fuck? Ja, Digga, jetzt nimmt er den nächsten, den ich konter, Digga. Ich hab so ne F-Ding. Oh nein, Lenny, äh, äh, hast du eine Ahnung? Ja, komm nach rechts. Ja. Wie? Komm rein. In uns ist Jungwett, in uns ist Jungwett. Ja. Ja. Man muss man sich sicherstellen ... Er hat mich, er hat mich. Oh mein Gott, ich hab 15 Leben. Okay, close. Ja, gut, wer war hier? Ich hab da nichts getroffen als hier. Gut, gut, gut. Oh, was will ich eigentlich rank? 13,3, Digga. Ach, fick mein Leben, Digga. Bis zum nächsten Mal. Choängen bei den nächsten Mal. Deucat gehört in den nächsten Mal! Den